Warte, was? Wer war das? Was? 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 Mach her! Wie gut sieht das bitte aus? Sieht ultra gut aus, wirklich, das ist krass. Sieht uehe gut aus! Ich bedanke mich bei, äh, euch allen. Denkt daran, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet. Und jetzt kann es losgehen. Also wichtig zu wissen ist vielleicht, das Fake Dragon Egg ist nur ein Item, das kann man nicht placen. Das heißt, wenn man das echte Dragon Egg verkraftet, dann war es das. Dann let's go? Oder? Ja, Space. Weiß jemand wohin? Ja. Oh, meine Richtung. Oh, schönes Ding. Oh, das ist direkt Richtung Base. Geil. In unsere Hood, Blissoa. In unsere Hood. Yes. Wir haben Stege in Riol vergessen. Nein. Nein, die kommen schauen. Die kommen schauen. Die kommen schauen. Die schaffen das. Auf geht's. Okay, nur Riol vergessen. Kacke. Okay, scheiße. Wo seid ihr? Hä? Wir sind leider schon drin. Tut mir leid, Mann. Ey, ich bin gerade wieder gekommen. Ah, Glück hast du geschaut. Ja, Draft ist schon tot. Sorry. Hast du den Bein geholt? Ist der Endertrack eigentlich stärker oder ist der normale? Komplett andere. Ich glaube, er ist nicht stärker. Aber die Säulen sind ein bisschen schwerer kaputt zu machen. Äh, fahren wir alle geradeaus? Weil ich fahre mit Urotox einfach irgendwie random hin. Äh, bisschen südwestlich, aber eher südlich. Kommt da so Eis? 600, 800. Äh, ein bisschen im Eis. Let's go. Das können wir schon buddeln, oder? Uh, das könnte stressig werden. Also wenn wir da einfach random runtergraben, wird's äh, sehr anstrengend. Einmal Bohrer durchlaufen lassen. Hä? Stimmt. Kannst du da beigehen? Ja, einfach hier runter. Hier ist es gerade geradeaus runtergegangen. Oha, was für eine Höhle. Boah, what? Wie ging das denn jetzt? Okay, Norex, komm, du willst nicht ins End, oder? Let's go, die Höhle! Kann man das so machen, dass ich noch atmen kann? Ne, überbewertet. Wie, ihr habt keinen Aqua Infinity in Respiration. Mist, hör, die sterben. Äh. Ich sterb gerade wirklich. Keiner stirbt. Oh! 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 Ich hab doch gesagt, habt ihr alle in Respiration, oder was geht ab? Naja, du kannst hier bei den Markt mal blöcken, Alter. Einmal mir ein Bett vorsichtshalber hinterziehen. Ja, besser ist, ne? Gibt's noch Hunde nach. Oh, hat jemand nen Bohrer dabei? Ich hab nen Bohrer dabei. Halt deinen Maul. Können wir jetzt bitte testen? Was, hab man die Dinger abgebaut? Hat nen Bohrer da drin oder was? Ne, geht ja safe nicht, weil Badrock geht auch nicht. Lass bitte testen. Ne, lass lieber nicht. Wann die auf der Konstruktion draufsetzen? Ja, dann kleb alles an. Geht das nicht? Wenn er's schafft, töten wir ihn aber und schreien Hexler. Warte, stopp, stopp, stopp. U-Docs, warte. U-Docs, warte. Warte bitte, U-Docs. Noch nicht machen, okay? Ich mach mal ganz kurz nen Backup, weil wenn der Server jetzt abstürzt da durch und so und wir das Selflock geraten, hab ich gar keinen Bock, okay? Wär aber lustig. Was passiert? Ähm. Gar nichts mehr. Was ist das? Ähm. Na ja. Oh, das ist disassembled. Oh ja, du hast ja nen Bohrer kaputt gemacht. Was? Über Eis. Oh nein. Du hast die 2 Chasses zerstört. Oh nein. Man kann's nicht assemblen, oder? Ne. Wir bauen einfach seinen Bohrer ab. Jeder baut seinen Bohrer gerade ab. Kenji, also ich würde dich rauchen, ne? Ne. Pass. Was geht hier ab? Nicht so schlimm. Junge, steck hier. Kava trifft hier, Mann. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wer war das? 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 Was? Was? Mach her. Oh mein Gott. Da wissen wir wer es war. Wir schaffen ihn, jawoll. Nimm nur den Eterstärmer. Ey, er spornt sein Withernstift. Was? Oh mein Gott. Jan. Das ist aber gar nicht meine Base! Das ist aber gar nicht meine Base! Oh mein Gott! Trilla! Ihre Anestis angekommen! Ich hab's deine Arme geschafft! Stegi, Stegi, lass dich an sein Grab drillen! Komm, trau dich! Jawohl, jawohl, jawohl! Hier, hier ist der Content! Trau dich, trau dich, trau dich! Content, content, content! Hier, hier, hier! Ich steh! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da total! Okay, wer traut sich? Du hattest ja noch kein Trill dabei, oder? Ich hab keine Trill dabei! Er war von Ur-Tor-Studel ab! Jetzt press da ran und halt mal gedrückt! Wenn du halt Macher bist! Aber wenn du halt Lacher bist, dann nicht! Mit diesem Ding! Mach mal die Handcrank! Ne, die Handcrank! Nicht ne V-Wir holen... Vielleicht craft das Server! Wir brauchen die Handcrank! Wir brauchen die Handcrank! Ne, die Handcrank habe ich glaube ich nicht! Hä? Die Collide! Gib mir drei Holz! Drei Holz und ein Scheft! Ich weiß nicht, was das ist! Ich hab keinen Scheft! Nee! Warte, 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 warte! Kann man doch mal die Krab stellen mit Joe! Stigig! 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 Oh nooo! Wer hat abgebaut? Waco war das aber! Waco, Chaco! Waco, Chaco! Ich war mein Inventar! Ich hab gar nichts gemacht! Komm, gib mir her! Ich hab gar nichts! Mein Inventar ist voll! Einer muss noch ne Crank haben! Ich hab hier einen Ender Set Alloy! Schnell! Ich hab Schaffts und Holz hier! Ich nimm fürs Voll, aber du kannst Kraften damit, glaube ich! Oh, das ist schon zu spät! Man, wer bot ab? Ich hab den Crank! Ich hätte doch den Crank gehabt! Shit! Chat, ich könnte einfach reingehen! Und auf alles scheißen! Ich bin der Einzige mit Ender Augen! So! Ich will Kraften dir jetzt einfach zu Ende! Scheiß drauf! Jetzt hab ich keine mehr! Jetzt hab ich nicht mehr genug Kacken! Scheiße! Das war's! Das war's! Jetzt können wir nicht mehr rein! Everybody's ready! Let's go! Yeah! Yeah! Wer hat die Ehre? Das ist Kraften, Space! Okay, ready? Let's! Er steht drin, damit er der Erste ist! Nein! Der Erste, der stirbt! Scheiße! Oh, wo war das Bett? Ah, hier hinten! Hallo! Ich hab das Bett für sie nicht abgebaut! Oh man, ich seh jetzt schon, wie Space instant stirbt! Ach, scheiß drauf! Ach nein! Das Ding ist weg! Das ist weggepackt! Du hast uns geworfen! Das ist weggeflogen! Oh, das ist ungünstig jetzt, ne? Hast du noch eins? Du hast noch eins! Das ist jetzt echt... Alter, ich muss echt... Das ist... Das ist... Wir töten Space! Wir töten Space! Das ist... Leute können aufhören, mich zuhauen! Ja, Joe, für eine halbe Sekunde hattest du mich! Oh! Oh! Es ist offen! Oh, mega lag! Es lag! Es lag! Es lag! Es lag! Er ist nicht tot! Space ist nicht tot! Space ist nicht tot! Space, mach's mal sicher da bitte! Mir hat mein Wasser gebläst! Lack's für euch auch so! Ja, ja! Ist Ebo der Einzige, der so nicht in dieser Gruppe drin ist? Ja, der hat keinen Bock. Wahrscheinlich. Der hat gesagt, der hat noch nie den Ender-Dragon gemacht. Ja, aber kurz auf einmal, warum sind wir nicht alle durch jetzt? Ich weiß jetzt auch nicht kurz genau. Ich möchte nicht damit. Wir können rein, wir können rein, alles richtig. Es hat Platz, alles gut. Was sagt ihr jetzt? Da hat er bestimmt eine Falle gebaut und jetzt... Ja, safe. Ich hab schon eine Falle gebaut, alles gut, Jungs. Oh mein Gott, ich bin tot. Junge, Schaf-Backpack beim Enderman, oh mein Gott. Oh, shit. Was bringen Schafe überhaupt? Oh, die Tower sehen so gut aus. Die sehen übel schön. Die sehen über-krass aus. Ah ja. Das ist mir zu gefährlich. Kann mir jemand meinen Wasser? Das geht hier ab. Der Stiggy. Hä, was war mein Wasser? Was ist denn los mit euch? Es war einmal. Wie gut sieht das bitte aus? Sieht ultra gut aus, wirklich, das ist krass. Sieht übel gut aus. Das ist ja Brot. Jetzt können wir mal drüber reden, dass doch kein einziger den Drachen angegriffen hat. Alle aufs Eis schnitzen. Was willst du? Okay, aber das erste Ding ist super gut. Yo, was sind das denn für Türme? Was machst du da? Mein Geil. Ich wäre ja... Riola hat Internet Explorer oder so. Jo? Jo? Wohin? Oh mein Gott, wer ist da noch um? Junge. Der Drache kippt mich. So voll leidend, Bro. Weißt du, Riola hat die ganzen Tag zeigt. Tryna, helf mir. Womit? Ciao. Was machst du hier? Ich bin full Iron, Alter. Ich versteck mich. 1-1-1-Zocken-Kristall. Es sind einfach fast alle ohne Burgen ins End gegangen. Okay, das waren alle Kristalle. Fünf Stunden weggemacht. Das waren alle, ja. Das ist aber kein Speedrun, ne? Jetzt locken wir uns aus, oder? Woah. Der hat mich grad da oben runter gehauen von dieser Plattform. Was macht ein Tag? Oh mein Gott! Jo, Jump'n'Run! Oha, wie geil! Wicker Steggy! Steggy nicht sterben! Mach doch nicht so! RGB chillt hier einfach so afk. Der macht sich wahrscheinlich grad guckt, wie Tesla geladen ist. Chillt einfach da drunter. Ich schau mir an, wie es so schön den Drachen gekämmt hat. Der macht schon mal Sitzheizungen an. Der fährt gleich los. Der macht schon Sitzheizungen an. Okay, Joe. Joe, Joe. Kürzer Business Call noch mit ihnen. Ja, was ist mit dem Drachen? Kommt der mal runter? Ah! So nicht. Oh Gott! Schade, Joe. Der Joe kam runter. Das ist echt unglücklich. Würde mir stinken. Oh! Sie haben seinen Kraten gefunden. Ich habe... Wir brauchen einen Bohrer und eine Hand. Drill, Drill. Oh mein Gott! Wer war das? Zum Glück hab ich vorher alle Bohrer abgebaut. Ja! Geil. Ich hab noch Bohrer. Ich hab noch Bohrer. Ihr seid so durch. Voll geil. Okay, Bohrer steht. Hat jemand einen Handcrank? Wo, 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 wo? Wo bist du? Bei Joe's Grab? Wo ist Joe's Grab? Das passiert hier eigentlich. Oh, ja, ja. Gibt's einen Handcrank? Oh, oh, Joe. Joe kommt schon. Pass auf. Oh, ist er da? Ja, er kommt. Nee, Joe kommt. Ich hab gehittet. Ey, ich bin's los. Kommt Leute, den Drachen. Ich töte den. Riole, der ist zu stark für uns. Mach den weg. Wir brauchen alle. Wie viel Energie du das machst, Stegi? Oh nein. Wie viel Energie bräuchst du mal für Empire? Das passt hier nicht. Ich hab einen Bodyslamm von oben auf den Trassen. Ja, ich hab halt keinen Boden. Also der ist außerhalb, Leute. Mein erster Fallschuss. Verteilige da. Verteilige, Verteilige. Echt jetzt? Schau beim Wasser. Ich versuch's in der Sekunde. Warte beim Wasser, warte beim Wasser. Oh mein Gott, wie viel Knockback der bekommt. Was war das? Der Arme. Ich bezahl dich auch. Ich bezahl dich. Warum soll ich kein Wasser warten? Pass auf hinter dir. Der böse Mann. Ja, der gibt ganzes Taschengeld. Ganzes Pausengeld. Oh mein Gott. Oh, Marco. Oh mein Gott. Das ist auch so close. Jungs, bitte bitte lassen. Ich hab das schon gelesen. Wer den Arme killt, 20 Gear Coins. 20 Gear Coins. 30 wer nicht kill. 30 wer nicht kill. Ich hab die meisten Coins. Ich hab die Macht. Ich gebe jedem. Ich gebe der Person, die die Top Position hält für mich. Und mir danach gibt 5 Netherite Gear Coins. 5? Ich hab auch 5 Netherite Gear Coins. Ich nehm das Ei auch selber. Wer Stegi killt, 2 Netherite Gear Coins. Ich nehm dir das Ei mit ihm tot. Okay, Stegi. Der kommt, der kommt, der kommt. Was passiert hier? Wann wollt ihr sterben? Zu viel für mich. Mach schnell, ne? Mach schnell, mach schnell. Er ist gleich da. 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 Das war's. Ey, hat er grad mit Kartoffeln gekillt. Das war's. Stegi, hast du das Stegi? Stegi hol's. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Der Nebel ist weg. Yo, what? Das sieht vor allem ohne Shader so geil aus. Oh mein Gott. Stegi hat's. Wer hat's? Oh mein Gott. Nein, nein, aber er hat's nicht. Das liegt hier. Scheiße. Jetzt geht der Fight los. Oh oh. Wer hat ne Fackel? Oh oh. Habt ihr überhaupt ne Fackel dabei? Habt ihr überhaupt ne Fackel dabei? Scheiße Joe. Eine Stunde ist ein Grab verteidigen und ein Recht gebrochen. Wir machen aber eine Stunde ist ein Grab. Die Stunde? Das war's. Ich geh Satis spielen. Hahahaha. Hallo klar. Hahahaha. Hallo klar. Richte dich auf. Hahahaha. 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 Ja, mein ich doch. Ahhh. Irgendwie critet ihn die ja for real aus, ne? Mit der Pfanne. Safe mit der Pfanne. Ich bin im Nether. Ich bin im Void. Das war's. Im Nether? Wer war das? Äh, im Rapslar. Ich bin im, ich bin im, ich bin im, ich bin im Void jetzt gespawnt. Ich bin tot. Im Nether? Das war's. Dicke. Mein, mein Gravestone ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt. Oh geil. Ganz unten, am, 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 am. Nullgrund. Du kannst es holen. Geil. Ich verstehe das jetzt. Ist der Typ jetzt mit Dings noch da oder nicht? Nein. Der Typ mit Dings. Er weiß auch nein. Ich glaube der kommt schon gleich wieder. Oh stimmt. Der wartet bis die alle weg sind. Ich erinnere mich.